Ja, das ist natürlich seltsam. Also das mutet auch gerade für diejenigen, die nicht gerade Ökonomie studieren, mutet das seltsam an, dass halt in einer Disziplin, wo eigentlich sich alles ums Geld dreht, halt so viele Leute akademisch unterwegs sind, die halt es nicht verstanden haben. Das heißt also auch die Volkswirtschaftslehre, auch wenn sie es immer wieder versucht hat, Wirtschaftsgesetze oder wirtschaftliche Gesetze zu entwickeln, scheitert dann immer an der Realität, weil sich das Verhalten der Leute dann doch irgendwie ändert. Die Leute denken einfach so stark in ihren Modellen, dass die quasi gar nicht in der Lage sind, anders zu denken. Dr. Jens, vielen Dank. Wollen Sie sich als erstes mal kurz vorstellen? Ja, mein Name ist Dirk Jens und ich bin Vorstandsprecher der Pufendorf-Gesellschaft, habe sehr lange akademische Erfahrung, 2008 glaube ich schon promoviert im Bereich der Wirtschaftsgeografie und 2011 habe ich die Modern Monetary Theory kennengelernt und nach einiger Einarbeitungszeit waren mir dann auch irgendwann klar, dass die Beschreibung des Geldsystems richtig ist und anderes, was ich vorgelernt hatte, falsch. Insofern, seit etwa zehn Jahren beschäftige ich mich mit der Modern Monetary Theory, habe auch Artikel und auch ein Buch dazu geschrieben, inzwischen auch schon Bücher und ein Lehrbuch nochmal ist in Vorbereitung gerade. Genau, ja, Sie haben es gerade angesprochen, Ihr Buch, das habe ich auch gelesen, kann ich sehr empfehlen, werde ich auch nochmal in der Videobeschreibung verlinken und Sie stützen sich da vor allem bei der Analyse Ihres, bei der Analyse des Geldsystems in dem Buch Geld und Kredit auf die Modern Monetary Theory, wie Sie es schon gesagt haben. Können Sie vielleicht kurz beschreiben, wie sich die Modern Monetary Theory von anderen gängigen Geldtheorien unterscheidet? Ja, die Modern Monetary Theory, die unterscheidet sich vor allem dadurch, dass sie quasi die Empirie zuerst ansieht. Das heißt also, die anderen Geldtheorien sind meistens so aufgebaut, dass wir letztendlich Annahmen treffen über die Realität, die dann eventuell nicht erfüllt sind, die aber im Modell erfüllt sein müssen. Und dann geht es halt los und dann guckt man am Ende, ob die Vorhersagen in dem theoretischen Modell halt irgendwie zu Realität passen. Und bei uns ist es genau andersrum, wir versuchen erstmal zu klären, wie sieht die Geldschöpfung überhaupt aus. Also wie erzeugen halt Banken Geld, wie erzeugt der Staat Geld, wenn er Geld ausgibt, wie erzeugt die Zentralbank Geld, wenn sie Kredite vergibt an die Banken etc. Das heißt also, MMT hat halt diesen empirischen Teil, der sehr stark im Vordergrund steht und unsere Aussagen sind daher auch falsifizierbar. Das heißt also, die Sozialwissenschaften generell kranken ja, wenn man so möchte, an dem Problem halt, dass wir keine allgemeingültigen Gesetze entwickeln können. Das heißt also, auch die Volkswirtschaftslehre, auch wenn sie es immer wieder versucht hat, Wirtschaftsgesetze oder wirtschaftliche Gesetze zu entwickeln, scheitert dann immer an der Realität, weil sich das Verhalten der Leute dann doch irgendwie ändert. So und wir haben aber gesagt, dass die Beschreibung des Geldsystems, also die Frage der Geldschöpfung, die muss eindeutig sein und empirisch bestimmbar sein. Das heißt also, ähnlich wie halt ein Ingenieur sagen kann, natürlich kann ich erklären, wie ein Formel-1-Motor funktioniert oder ein Formel-E-Motor, der halt elektrisch läuft, ja, weil ich habe ihn ja selber gebaut. Also ich kann auch kausal halt sagen, welche Teile wie zusammenarbeiten und wie das dann funktioniert. Und so ist es halt auch beim Geldsystem. Also die Modern Monetary Theory sagt halt, wir können quasi die Geldschöpfung selber technisch gesehen beschreiben, können das abstrakt in Bilanzen ausdrücken und dann darüber nachdenken, was daraus folgt. Und wenn etwas nicht funktioniert, so wie wir uns das vorstellen, dann würden wir halt auch entsprechend dann die Theorie anpassen. Und das macht sozusagen halt die Modern Monetary Theory meiner Meinung nach aus. Das hat sie quasi in den anderen Themen voraus, weil sie letztendlich, ich nenne das eine postideologische Theorie ist. Also eine Theorie ist eine Beschreibung der Welt, aber wir beschreiben ganz neutral in Anführungsstrichen die Geldschöpfung und fragen auch bei den Banken, Zentralbanken nach, wie die Prozesse genau aussehen. Und ähnlich wie halt der Ingenieur halt darauf hinweisen würde, dass ein Motor so funktioniert, dass man halt Benzin verbrennt unter der Hinzufügung von Sauerstoff und am Ende kommen die Abgase raus und nicht andersrum. Also theoretisch könnte man ja sagen, der Motor funktioniert, indem halt hinten Abgase eingesaugt werden und die werden aufgetrennt in Luft und in Benzin. Aber so ist es halt nicht. Und so sagen wir halt auch, natürlich muss der Staat als Schöpfer der Währung erst Geld ausgeben, bevor wir die Steuern zahlen können und nicht andersherum, weil natürlich das Geld ein staatliches ist. Das heißt also Haushalte und Unternehmen können keine Euros produzieren. Das ist staatliches Geld. Und so sagen wir halt auch, da gibt es keine zwei Meinungen. Natürlich könnte man die Kausalität umdrehen und in den Lehrbüchern ist es auch der Fall. Aber wir sagen halt, da gibt es halt keinen Grund, dass man das als Theorie akzeptieren sollte, als Beschreibung der Welt, wenn die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler einfach gar kein eigenes Geld schöpfen können. Ja, Sie sprechen da einen wichtigen Punkt an und in Ihrem Buch machen Sie auch mehrere Beispiele, zum Beispiel vom ehemaligen Finanzminister Wolfgang Schäuble, der der Meinung war, dass quasi Einlagen der Bank oder das Bankeneinlagen ihre Kunden weiterverleihen. Anderes sehr spannendes Beispiel, was ich auch selbst nachrecherchiert habe und was man auch auf Wikipedia findet, ist das des Geldmengenmultiplikators. Und ich zitiere jetzt mal hier den Wikipedia-Artikel, da steht, diese weit verbreitete Vorstellung wird zwar von Zentralbanken als falsch und irreführend zurückgewiesen, unter anderem von der Bundesbank und der Bank of England, findet sich aber dennoch weiterhin in vielen Lehrbüchern. Und was ja irgendwie immer dahinter steckt, ist quasi die Vorstellung von Geld als einem physisch limitierten Gut wie Gold, was man erst haben muss, bevor man es weiterverleihen kann. Jetzt stellt sich natürlich mir die Frage, kann es wirklich sein, dass führende Politiker wie der Finanzminister oder auch wirklich führende Ökonomen, die Lehrbücher schreiben, nicht verstanden haben, wie unser aktuelles Währungssystem oder unser aktuelles Geldsystem funktioniert? Ja, das ist natürlich seltsam. Also das mutet auch gerade für diejenigen, die nicht gerade Ökonomie studieren, mutet das seltsam an, dass halt in einer Disziplin, wo eigentlich sich alles ums Geld dreht, halt so viele Leute akademisch unterwegs sind, die halt es nicht verstanden haben. Dazu könnte man zum Beispiel auch noch Paul Krugman nennen, der erstens halt sagt, dass die Banken die Ersparnisse von ihren Kunden weiterverleihen und das sozusagen halt dafür dann sorgt, dass neue Kredite geschaffen werden, Investitionen finanziert werden. Also selbst, ja, einen Nobelpreis hat er ja nicht gewonnen, aber hat quasi den Reichsbankpreis der Schweden halt in Erinnerung an Alfred Nobel gewonnen. Also selbst ein hoch derokurierter, vermeintlicher Top-Ökonom wie Paul Krugman, der auch von dem Progressiven halt sehr stark gepusht wird und auch dort immer als große Stimme galt, selbst der hat es nicht verstanden. Der hat auch MMT nicht verstanden und ich glaube, er wird es auch nie verstehen. Und die Leute denken einfach so stark in ihren Modellen, dass die quasi gar nicht in der Lage sind, anders zu denken. Also das heißt also, wenn ich sage, ich nehme an, dass wir einen Markt haben und auf dem Markt gibt es ein Angebot an Ersparnissen und dann ist die Frage sozusagen, wer fragt denn diese Ersparnisse nach? Und wenn ich so rumdenke, in Anführungsstrichen, dann frage ich mich eigentlich nie, wo das Geld eigentlich wirklich herkommt, weil ich sofort mit den Ersparnissen beginne. Und natürlich haben die Leute im Kopf quasi den Kartoffelbauern, der ganz viel anbaut an Kartoffeln und irgendwie Kartoffeln übrig hat und dann sagt, wer möchte sich die ausleihen? So in einer derartigen Wirtschaft, in einer solchen Realwirtschaft ohne Geld, da ist es tatsächlich so, dass die Leute halt sparen müssen, damit irgendjemand anders sich dann das halt ausleihen kann, was quasi übrig geblieben ist, was gespart wurde. Ja, dann kann ich auch die ersparten Kartoffeln quasi per Kredit weitergeben und irgendjemand anders investiert die dann, indem man die halt anbaut und dann einen höheren Ertrag hat. Und daher ganz stark kommt halt die volkswirtschaftliche Theorie. Das heißt also, im 19. Jahrhundert, irgendwann hat sich das mehr oder weniger entwickelt. Und diese Grundannahmen, dass wir eigentlich über eine Tauschwirtschaft reden und quasi Geld komplett abstrahieren, das hat sich so dermaßen durchgesetzt leider, dass es halt nicht mehr möglich ist für viele Leute, die schon lange in der Theorie mit dabei sind, anders die Sache aufzuziehen gedanklich. Ja, das heißt also gerade, wenn ich halt beispielsweise Modern Monetary Theory erkläre, dann mache ich das eigentlich lieber vor Studierenden, die noch nichts gehört haben über VWL-Theorie, weil dann ist es einfacher. Diejenigen, die schon was gehört haben, haben halt diese ganzen falschen Gedanken schon im Kopf, die halt dann entsprechend schon mit drin sind. Und ich habe natürlich auch selber das studiert und mir ist damals auch nie aufgefallen, dass die Banken natürlich keine Intermediäre sind. Also diese Sachen zu durchschauen, ist halt sehr schwierig und auch viele Praktiker sagen halt, naja, ich war halt jahrzehntelang Banker, aber dass wir das Geld eigentlich bei der Kreditvergabe selber erst erzeugen im Kontensystem, das habe ich auch nicht gewusst. Also die haben halt auch als Praktiker jahrzehntelang auch gut gearbeitet, aber es nicht verstanden. Es ist so ein bisschen, als wenn sie halt einen Formel-1-Fahrer hätten, der ein Formel-1-Auto fährt um den Kurs und der auch nicht richtig sehr, sehr schnell ist und das Auto ist sehr robust. Also der muss das nie irgendwie reparieren oder verbessern lassen. Irgendwann vergisst er, wie es funktioniert. Und dann kann es sich auch einschleichen sozusagen, dass der Fahrer halt glaubt, dass sein Auto diese Abgase einsaugt und dann umwandelt. Das kann halt passieren. Aber irgendwann ist er vielleicht mal gezwungen zu tanken, weil halt der Tank alle ist und dann wird er natürlich auch merken, oh, Moment mal. Und so ist es halt auch bei der Volkswirtschaftstheorie. Wir haben quasi vier Jahrzehnte lang eigentlich auch in der Politik kaum Reformen gehabt in progressive Richtungen. Und dadurch war auch die Volkswirtschaftstheorie eigentlich nie groß aufgefordert, nachzudenken über die Frage von Geld oder ähnlichem. Das heißt also, es wurde eigentlich immer nur behauptet, Staatsverschuldung ist schlecht, aber das war eher ein Glaubenssatz, weil der Staat angeblich schlecht und ineffizient sein sollte. Und auch die Rolle der Banken, naja, die war halt auch mehr oder weniger so akzeptiert. Und dass die Banken aber eine riesige Finanzkrise produzieren könnten, war halt erst 2008, 2009 dann wieder klar. Insofern ist es halt eine Mischung aus quasi Vergessen und letztendlich falschem Ansatz und dann halt auch quasi Politikirrelevanz. Also diese Fragen sind halt jahrzehntelang nicht groß behandelt worden, waren keine heißen Eisen. Und man muss natürlich auch nochmal dazu sagen, wir waren schon mal woanders. Also die staatliche Theorie des Geldes von Georg Friedrich Knapp, wo zum ersten Mal beschrieben wurde, dass explizit Geld ein Konstrukt des Rechtssystems ist, ein Konstrukt der Rechtsordnung. Das ist 1905 publiziert worden und sogar John Maynard Keynes hat darüber geschrieben, 1930 und hat gesagt, das ist richtig, diese Sicht der Dinge. Insofern, wir waren vor grob 100 Jahren schon mal so weit wie heute jetzt mit der MMT, dass wir gewusst hatten, dass halt Banken halt Kreditgeld schöpfen und dass Staaten ihr eigenes Geld halt ausgeben, bevor wir Steuern damit zahlen können. Aber es ist schon halt seltsam, dass das so lange gedauert hat jetzt auch, bis sich diese Gedanken dann wieder durchsetzen. Genau, das wäre auch genau meine nächste Frage gewesen. Also die Modern Monetary Theory gibt es ja seit rund 25, 30 Jahren. Die ist ja eine post-Keynesianische Theorie, das heißt, sie baut natürlich auch gewisse Vordenker auf. Aber nichtsdestotrotz gibt es unser Geldsystem ja schon viel länger. Und spätestens seit das Bretton Woods System verabschiedet wurde, Anfang der 70er Jahre, hat sich ja nicht mehr groß was verändert in unserem Geldsystem. Die Frage, die ich mir dann natürlich direkt gestellt habe, war, wie kann es sein, dass quasi wir ein Geldsystem aufgebaut haben, ohne zu verstehen oder ohne es beschreiben zu können und zu verstehen, wie die Mechanismen funktionieren. Ja, das ist tatsächlich sehr interessant. Ich will noch kurz was nachschieben zu der post-Keynesianischen Geschichte. Also MMT wird häufig als post-Keynesianische Theorie beschrieben. Man muss aber das eher so sehen wie beim Menschen und beim Affen. Ja, wir teilen uns gemeinsame Vorfahren. Das heißt also, das, was wir behaupten, hat auch schon mal Georg Friedrich Knapp behauptet. Und das, was die Post-Keynesianer von dem halt rausgezogen haben, das sind quasi die gleichen Sachen. Aber es ist halt so, dass Warren Moser, der MMT mehr oder weniger entwickelt hat, Anfang der 90er Jahre, der hat sich, der ist kein Ökonom, der war Investor, hat für eine Bank gearbeitet im Bereich Fixed Income und hat halt sich gefragt, ob die italienische Regierung pleite gehen kann. Ja, die italienische Regierung wollte Staatsanleihen verkaufen zu 12% und hat Banken gesagt, ihr könnt aber zu 10% euch Geld leihen. Und daraufhin war das natürlich so, dass die Banken gesagt haben, das ist irgendwie ein bisschen komisch. Also ihr wollt, dass wir Geld leihen zu 10% und dann in Staatsanleihen investieren zu 12%. Das ist doch ein Free Lunch. Ja, wieso kriegen wir 2% hier geschenkt? Also ich kann mir quasi als Bank für ein Jahr lang Geld leihen von der Zentralbank, kaufe mir eine Staatsanleihe mit einem Jahr Laufzeit und kriege 2%. Das ist, das ist Arbitrage, das müsste eigentlich auf Null schrumpfen. Und dann hat er sich das erklären lassen. Das heißt, also Warren Moser hatte weder Georg Friedrich Knapp gelesen, noch kannte er Chattelismus und auch nicht die Werke von Keynes oder auch von Minsky beispielsweise nicht. Das heißt, so viel nochmal zu der Entstehungsgeschichte. Natürlich ist da jetzt viel noch dazugekommen, aber ursprünglich muss man wirklich sagen, hat Warren Moser es geschafft, sozusagen durch geschicktes Nachfragen und durch Logik, den Versuch unternommen, halt zu verstehen, wie dieses Geldsystem funktioniert. Und da kommen wir letztendlich her. Und ja, wie ist das in den letzten Jahrhunderten oder Jahrzehnten gelaufen? Haben wir ein Geldsystem zusammengebaut, was wir nicht verstanden haben? Schwer zu sagen. Also ich meine, wir haben den Euro zum Beispiel aufgebaut und haben die Regeln natürlich verändert im Geldsystem. Und das ging aber eigentlich alles ganz okay. Also der Euro ist jetzt nicht irgendwie zerbrochen und der Euro ist auch nicht so aufgebaut, dass ich jetzt irgendwie sagen würde, das hat keinen Zweck. Das muss man auf jeden Fall beenden, weil man dem Ganzen nicht mehr helfen kann. Aber natürlich ist es schon etwas seltsam, dass wir quasi den Euro verändert haben oder eingeführt haben und auch das Währungssystem verändert haben, ohne dass wir diese Kenntnisse hatten. Aber letztendlich ist es ein bisschen so wie bei anderen Institutionen auch. Letztendlich ist das immer Tinkering around the edges ungefähr. Also man fängt halt an, marginal hier und da ein bisschen was anzupassen. Ja, dass man halt statt DM dann so ein Eurozeichen dahin schreibt beispielsweise und die Sachen einmal umrechnet vom Wechselkurs aus. Das ist alles relativ logisch, dass das zu passieren hat. Dass man das Finanzministerium weggelassen hat und nur eine Zentralbahn gebaut hat, das war eine komische Idee. Darüber können wir ja nachher nochmal reden halt. Aber klar, momentan muss man halt tatsächlich halt sagen, dass die Leute, die den Euro zusammengebaut haben, eigentlich eine völlig falsche Vorstellung davon hatten, wie Geld funktioniert. Es gibt ein schönes Papier auch dazu von Charles Goodhart, der halt gesagt hat, es gibt zwei Geldtheorien. Einmal die chartalistische Geldtheorie, also ganz kurz, Geld ist ein Konstrukt der Rechtsordnung und der Staat schöpft das und gibt das aus, damit wir unsere Steuern zahlen können. Deswegen akzeptieren wir das. Und das andere ist quasi diese Idee, dass Geld aus dem Markt heraus entstanden ist, um die Transaktionskosten zu reduzieren. Das ist das, wo halt auch die Ethnologen halt sagen, sowas haben wir noch nie gesehen, dass aus dem Markt irgendwie Geld entstanden ist. Und wenn man sich ja die historische Evidenz anguckt, ist immer wieder halt ein staatliches Siegel darauf, auf den angeblich aus dem Markt entstandenen Geldstücken. Also insofern, es gibt für das Geld, was quasi vom Staat ausgegeben wird, gibt es halt sehr viel Evidenz von Historikern. Zum Beispiel die Kolonie Virginia um 1760 bis 1770 herum, Beispiel herum, die haben halt Papiergeld ausgegeben. Und bei Papiergeld ist es natürlich ganz einfach. Ich gebe Papiergeld aus als Staat. Die Leute sind gezwungen, über Kopfsteuern beispielsweise das zu akzeptieren, bieten halt deswegen Güter und Dienstleistungen dem Staat gegenüber an. Und am Ende zahlen die ihre Steuern und in Virginia wurden die Steuern dann quasi verbrannt. Und das heißt, die haben dezentral Steuern eingesammelt und haben das Geld zentral wieder nachgedruckt, weil es halt billiger war, als irgendwelche großen Steuergelder durch die Gegend zu schicken. Das heißt also, in so einem solchen Geldsystem, wo einfach nur Papiergeld gedruckt wird, durch den Staat dann ausgegeben wird und nachher wieder eingesammelt und verbrannt wird. Das ist einfach zu verstehen. Aber das mit den Zentralbanken, die halt Geld schöpfen am Computer digital und dass dann die Banken dort halt Konten haben und dass der Staat dann sozusagen uns nicht mit Bargeld bezahlt, was er selber druckt, sondern jetzt über die Zentralbank geht, die dann quasi indirekt unser Konto auffüllt, indem sie das Konto unserer Bank hochbucht, die wiederum dann mein Konto hochbucht. Ja, das ist kompliziert. Das ist eine Art Hütchenspiel. Und das macht es halt so kompliziert, zumindest wenn man halt nicht weiß, wo man hingucken muss. Aber ich denke zum Beispiel auch, dass die Mainstream-Leute, wenn sie halt sagen, dass die Lehrbücher Vereinfachungen sind, unseres Geldsystems, das teile ich überhaupt nicht. Also es ist durchaus möglich, halt auch Studierende innerhalb eines Semesters in einem Kurs zu erklären, wie unser Geld geschöpft wird und wie das entsteht und wie das zirkuliert, ohne dass man auf irgendwelche Metaphern zurückgreifen müsste oder auf irgendwelchen Halbwahrheiten oder letztendlich auch auf komplette Unwahrheiten. Das heißt also, ich würde ja niemals meinen Studierenden halt beibringen, dass die Banken halt die Ersparnisse von anderen Leuten weiterverleihen, weil das einfach, das stimmt als Metapher nicht und technisch schon gar nicht. Insofern, da muss auch die VWL aufpassen, dass sie nicht die Studierenden verliert. Ich habe gerade nochmal geguckt, also die Anzahl der VWL-Studierenden ist auch drastisch eingebrochen. Die ist quasi in der Krise hochgegangen, zwei, drei Jahre lang. Dann ist es ein bisschen auf hohem Niveau stagniert und dann seit fünf Jahren ungefähr gehen jetzt die Zahlen wieder zurück. Also ich denke halt auch, dass man sieht ja die Studierendenproteste, zum Beispiel auch der pluralen Ökonomik, die machen deutlich darauf aufmerksam, dass hier quasi im Bereich der VWL einfach Theorien herrschen, die einfach inakzeptabel sind für viele Studierende, weil sie einfach empirisch nicht hinhauen. Ja, das sage ich quasi jetzt einfach aus rein wissenschaftlicher Sicht. Also wer halt nur mit irgendwelchen Annahmen hantiert, die in der Realität nicht erfüllt sind und dann nachher sich wundert, dass in der Realität halt ganz hohe Defizite halt nicht zu Hyperinflation führen beispielsweise, der muss sich halt nicht wundern, wenn er das dann noch fünf Jahre lang weiter unterrichtet, dass die Studenten dann irgendwann sagen, so da habe ich keine Lust mehr zu. Das hat ja gar keinen Bezug mehr zur Realität. Wie fandet ihr das Video und das Interviewformat? Schreibt mir das mal in die Kommentare. Es gibt übrigens auch noch einen zweiten Teil des Videos, der übermorgen rauskommt. Da habe ich mit Dirk Ehns über den Green New Deal, die Zukunft des Euros und die wirtschaftliche Situation nach der Corona-Krise gesprochen. Und außerdem verlinke ich euch in der Endcard noch ein Video zur Analyse der Euro-Krise. Da hatte ich einige Quellen ja auch aus dem Buch von Dirk Ehns übernommen. Also bis zum nächsten Mal, euer Fabian.